Stolintv mit Tischtennis und zwar aus dem malerischen Ort Unterseemau mit den Oberfranken, einige Kilometer hinter Licht und Fels. Das zweite Zinniere des heutigen Samsttages, 29. Juli 2017 und das erste Turnier hat für Christoph Theile gewonnen aus Kronach, der wird hier gleich ins Spiel kommen. Wie gesagt, das erste Turnier für Christoph Theile. Zweiter Platz war dabei Bruder von Christoph Viertel, Christian Viertel und der Christoph hat hier zum 1 zu 1 ausgeklicken. Teile ist ein Materialspieler, sehr unangenehm zu spielen, besonders natürlich für jüngere Spieler, die noch nicht ganz diese Erfahrung haben, aber Christoph hat sich hier gut geschlagen. Er hat den ersten Satz verloren, aber im zweiten Satz war er lang hinten und hat dann den Satz noch gebläht. Sein Konzept ist, den Ball im Spiel zu halten, selber nicht allzu viel zu machen, sondern die Bälle sicher zurück zu blocken, schön zu verteilen, auch mal hier so Ballons spielen. Aber jetzt ist es doch eine Idee zu passiv. Genau, das hat er selber gemerkt und ein Zahn zugelegt. Also das ist ein schönes Spielchen hier. Aufschlag Christoph Theile. Das ist durchaus stark. Ich weiß nicht, was der Youngster hier so alles an nicht ganz einfachen Bällen zurückbringt. Ich bringe auf den Tisch. Das reicht. 3,4,4,5 Masin Anni! Ah, das ist schon höher. Beifeln, komm. 2 zu 1 führt bis durch Teile und die nächsten Sätze jedenfalls auf YouTube. Reinhard Steinbücher heißt der Kanal und suchen unter Fredrik gegen Teile. Teile wie das Teil nur mit 2 L.E. hinten.